hallo freunde und willkommen zu einem neuen star wars battle farm 2 video und zwar ja das große update ist draußen es wurde viel verbessert viele bugs sind weg die klonskins sind da wie ihr sehen könnt habe ich mir auch schon eingezogen beziehungsweise mehrere ich habe ihr beide pakete geholt das solltet ihr auch tun weil in den paketen spart ihr noch mal massig geld wir können ja noch mal gucken was normal so einer kosten würde ich glaube normal einer würde 20.000 kosten also einzeln und ihr kriegt ein package für 40.000 habt dann alle lohn skins dabei also es lohnt sich schon richtig und halt wenn ihr auch doppelte dabei habt dann durch die credits wieder gut geschrieben ich glaube das sind auch noch mal so 10 oder 20.000 die ihr pro doppelten zurück kriegt wenn ihr was doppelt habt dann wird es auf jeden fall im spiel ersetzt und ja die roadmap werde ich euch auch noch mal einblenden jedenfalls gehen wir jetzt mal ins spiel da gibt es hier diese breite da wo der nabupanzer drauf ist und auf jeden fall ist das so mit die spiel map für die klon maps wo ihr dann auch die skins alle mitspielen können was haben wir denn hier noch zu erledigen pass auf dich auf besiege zehn gegner bei der ladung oder landung bei der ladung ein gegner als darf maul besiege gut das ist eigentlich easy ja geil und es geht auch schon los auf kamino ich hätte eigentlich gerne in der blu gehabt also sie was ich allerdings an dem update kritisieren muss ist dass es die doppelten punkte nicht mehr gab ich fand das war auch somit was das spiel auch zum teil mit ausgemacht hat ja und die wurden jetzt halt durch das update komplett mit rausgenommen warum fragt mich bitte keiner weil ich weiß das wird selber nicht aber naja gut die werden sich dabei höchstwahrscheinlich schon was gedacht haben gucken wir mal hier was wir reißen können auf jeden fall sind wir ein klonskin von der 327 legion auch eine übelst geile legion die 41 ist auch nicht schlecht aber ich würde mich freuen wenn dann demnächst die 212 da rauskommt weil die feiere ich auch richtig nice warum geht das jetzt zu fail sieht ja mal aus keine kuh aus ja mann bäm den haben wir mitgenommen läuft doch bäm tut mir leid ich bin ein bisschen erkältet zu call of duty kommt natürlich auch noch ein video mit raus zum vierten dlc also zum vierten und letzten dlc ich hab da schon mal reingespielt um zu gucken wie es so ist und ja es ist ja nice aber es sind halt immer noch viele viele camper da was das spielerlebnis sehr stark verringert jawoll alter und dann stellt er sich vor meiner fresse mann so ein bauer und dann sterbe ich wegen ihm auch noch so kommen wir hier ja schreibt es mal die meinung was ihr davon haltet von den klonskinz ab so spiel fallen welche eure favorite legion ist wie meine granate hat kein mitgenommen die verbarrikadieren sich da schon wieder alle das ist mal richtig kacke wir rennen mal hier rum wenn wir drauf gehen nehmen wir nochmal eine andere klasse ja sicher junge 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 mit diesem scheiß überladenen geschütz ja hier haben wir auch die 41 auch richtig geil mit diesem camouflage richtig hammer das ist dann so einen zweiten bundle mit drin ich finde es auf jeden fall richtig nice haben wir einen E-Mode yes haben wir auf geht dann gehen wir mal wieder mit dem schweren Truppler los den habe ich immer zu meinen Anfangszeiten genommen den heavy weil ich kam mit dem richtig gut klar bis heute noch ja wo sind denn die feigenlappen jetzt ja jetzt traut sich wieder keiner ne ja was für Pussis ja wir haben unser Schildlecken da am Start da drinnen hoppen die alle rum ja meinetwegen hätte der Pusser auch weg bleiben können dieser Imperator ich finde daran worden mit zweitner der ist immer noch viel zu überpower den haben wir nur hier wir haben Kontakt zum westlichen Landeplatz verloren erstetig Tops vorrück komm schon Jungs das müssen wir doch gewinnen hier kann doch nicht so schwer sein na gut für mich gewinnt wurde schon weil ich habe es ja lange nicht mehr gezockt ich krieg dich sag ich doch ach scheiße ui da war echt noch ein zweiter mitswischen hässlich komm mal Tacke hier aber hauptsächlich braucht euch keine Sorgen machen wird hauptsächlich Star Wars weiterhin auf meinen Kanal kommen das wird doch so das Hauptspiel des Kanals bleiben natürlich werden noch andere neuere Let's Plays dazukommen aber die Frage ist dann halt welche Spiele ich denke die Robemap werde ich euch dann zum Schluss mit einblenden ja sicher als ob der von da drinnen die Granate soweit bis zu mir befördern kann und dann auch noch so perfekt das ist eigentlich unmöglich das ist eigentlich unmöglich boah Junge macht keinen Scheiß hier so zack volle vorwärts volle rückwärts bam let's go boah attacke hier so wie gehen wir sicherheitshalber mit dem Schild hier rum oben so wie geht jetzt die mit dem Schild dass man hier sieht wie das mit dem Schild hat man sich Junge, mit mir nicht? Froschgesicht, du. Na, verdammt. Ha, die haben ihn trotzdem noch. Sehr, sehr nice. Wow, nur noch sieben Gegner. Jedenfalls würde ich mich über ein Like von euch freuen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, worauf ihr euch noch so freut, ob die Roadmap euch so passt. Die blende ich dann hier gleich nach dem Video nochmal im Schluss spannen mit ein. Jawoll! Oh, Verlängerung. Ja, nice. Und das Video mit einem Sieg beendet. Sehr schön. Das war doch mal ein gutes Match. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Das war doch so, Alter. So. Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal.